Du bist eine junge und neue Führungskraft und möchtest dich weiterentwickeln? Dann bist du bei uns genau richtig. Schau dir dieses Video an und sag uns deine Meinung. Wenn du einfach gerade irgendwie merkst, also heute kann ich es aber wieder im Chat, das ist irgendwie gefühlt die 200. Nachricht, die ich heute schon geschickt habe, dann wäre das so ein Zeitpunkt, wo man sich mal denken könnte, so, hm, wie läuft das eigentlich? Mache ich das hier richtig? Und ich glaube, dasselbe gilt eben auch für die gesprochene Kommunikation. Also zum Beispiel in deinen Meetings. Und da könnte man sagen, es ist ganz einfach heutzutage bei Online-Meetings, zum Beispiel nebenbei einmal etwas mitzuschneiden, mitlaufen zu lassen und aufzunehmen und sich dann einfach in einer ruhigen Minute einmal so einen Teil einer Besprechung, die du geleitet hast, anzuschauen und dann ganz genau zu hören, okay, wie funktioniert das? Wie bringst du die Agenda-Punkte? Wie bringst du Themen hinein? Hast du irgendwie die Führerschaft über dieses Meeting, was ja oft sehr schwierig ist, weil du hast den einen Hut, du bist die Führungskraft und du hast den anderen Hut, du bist Moderator in dieser Besprechung. Eine Situation, die man bei wichtigen Besprechungen oft vermeiden sollte, weil es einfach Interessenskonflikte natürlich gibt innerhalb dieser Rollen. Aber dann eben auch diese Frage von, okay, und wie genau machst du das jetzt? Wenn du sprichst, sind das Gedanken, die man nachvollziehen kann? Versteht man die Botschaft dahinter, was man möchte? Fangst du an zum Jammern? Fangst du an zum, ich weiß nicht, sofort über alle drüber zu fahren? Nimmst du Feedback auf, was da kommt? Nimmst du andere Gedanken auf, die da kommen? Also da gibt es ja viele, viele Aspekte, auf die man dann eingehen kann. Auch damit gibt es ja viele, viele Skills sind zu öffnen. Auch damit gibt es ja viele Sachen, Vielen Dank.